Herzlich Willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Beschwerdepodcast über The Walking Dead. Alle 14 Tage nehmen wir zwei Folgen von The Walking Dead in ihre Bestandteile wie Zombies, die ihre Opfer zerreißen und machen uns unsere Gedanken, warum wir eigentlich The Walking Crap, wie es ein anderer Podcast bezeichnet hat, noch gucken. Und falls wir jetzt noch jemand haben, der uns noch zuhört, dann herzlich willkommen. Alle anderen, die sagen, boah, die zwei Idioten schon wieder, ja, auch herzlich willkommen, denn mit mir ist Niodizist Michael, hallo. Hallo. Und wir haben uns heute für die Folge mal was vorgenommen, nachdem ich letzte Woche ja einen ganz großen Rant hatte und mal so zehn Minuten im Stück abgelästert habe, wollen wir heute doch einfach mal gucken, was uns daran gefällt und was wir Positives aus der Folge ziehen können oder aus den zwei Folgen ziehen können. Ich habe ja schon ein paar positive Sachen gesagt. Ja, mal gucken, wo es uns hinführt. Also, alle 14 Tage eine Folge The Walking Dead Nerds Talking zu The Walking Dead, siebte Staffel, achte Staffel, könnt ihr hören. Ihr findet uns auf Facebook, wenn ihr nach Nerdizismus sucht. Ihr findet uns auf YouTube, wenn ihr nach Nerdizismus sagt. Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter, jeweils unter dem Stichwort Nerdizismus. Nerdizismus und ihr findet uns im Internet, also ist ja alles im Internet, aber ihr findet uns auf Nerdizismus.de. Dort könnt ihr die Folgen abonnieren, dort könnt ihr den Webplayer benutzen, dort könnt ihr auch kommentieren. Ihr könnt natürlich auch gerne bei Facebook kommentieren und wir freuen uns immer über positive, aber auch negative Rezensionen bei iTunes. Schreibt uns ganz ehrlich, wie ihr unsere kleine Show hier findet. Wir haben etwas Feedback zu der letzten Folge. Das war auch schon ein bisschen mit Ansage, dass die Folge die Gemüter spalten wird. Und ich möchte einfach mal exemplarisch zwei Meinungen vorlesen, die, glaube ich, auch durchaus die Fangemeinde in ihrer Gespaltenheit widerspiegeln. Ich fange mal an. G.O.T. sein, also Game of Thrones. Klar, der Tod von Game of Thrones Charakteren geht ans Herz, weil wir sie auch kennen. Was um Himmels Willen sollte dieser Auftritt von Morales? Sorry, wer kennt den denn noch? Der hatte in der ersten Staffel vielleicht fünf Wörter gesagt. Ja klar, neue Leute im 100-Mann-Cast brauchen wir. Aber was soll der Plan sein? Was machen Daryl und Rick? Ah, sie suchen Panzerfäuste. Klammer auf, das waren dann doch keine Panzerfäuste, sondern wer sich mit Waffen ein bisschen auskennt, das waren dann diese schweren Maschinengewehre. Und wie wollen die die genau mitnehmen? Das ist übrigens nochmal ein Punkt, hast du in der nächsten Folge gesehen, wie viele Leute das tragen. Von zwei Leuten ohne Taschen. Ich sehe es genau wie ihr. Mit, ich sehe es genau wie ihr. Mit, sind die Dimensionen total unklar. Ach so, ja genau, ich sehe es genau wie ihr. Mir, das ist falsch, mir sind die Dimensionen total unklar. Hat Nigen die ganze USA erobert. Wo ist er? Warum gehen sie nicht einfach woanders hin? Aber das Schlimmste ist, warum diese sinnlose Schießerei auf die Scheiben? Um eure Fragen zu beantworten, warum gucke ich es noch? Ganz einfach, um euren Cast zu hören. Okay, vielen Dank, lieber Florian, dafür. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere. Doris schreibt, also, der, der spricht, hat wohl nicht ganz aufgepasst. Rick bekommt sein Bein später im Kampf gegen Nigen gebrochen. Okay, das wissen nur die Comicleser und nicht in Hilltop. Ja, das kann sein. Ich dachte, das passiert irgendwie vor Hilltop, aber okay, sei es drum. Der alte Typ von Hilltop heißt Gregory und nicht Joffrey. Ja, liebe Doris, da bist du wieder drauf reingefallen, was ich auch in anderen Folgen sagte. Stichwort Captain Plasma. Dann war das keine Granate, sondern eine Art Sprengfalle, die vor einem Walker ausgelöst wurde. Und losging, bevor die Kingdom-Typen so nah dran waren, dass sie schwer getroffen werden konnten. Okay, kann sein, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber von mir aus. Nigen und Gabriel sitzen in einem Wohnwagen, nicht in einem Wohnwagen, sondern in einem Containerfest. Okay, ist jetzt irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, liebe Doris, macht jetzt keinen großen Unterschied. Ja, aber okay. Dann sah man, dass Daryl und Rick in dem Außenposten waren. Da hat der Sprecher wohl auch nicht so richtig aufgepasst. Naja, ich habe schon, war schon klar, dass sie in dem Außenposten waren. Aber die Frage ist halt, warum ist dieser Außenposten komplett von den Kämpfen überhaupt nicht betroffen? Ja, aber okay, gut, okay, gut, von mir aus, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Und bevor man eine Serie schlecht redet, sollte man sich wenigstens mal die Mühe machen und die Namen richtig rausriegen. Das war nicht Menderes, sondern Morales. Haben wir das nicht gesagt? Du hast es, glaube ich, gesagt, ja. Ich habe euch nicht Mendoza gesagt, ist ja wurscht. Also Menderes war es nicht. Menderes saß übrigens mal im Flugzeug neben mir. Ja, im Flug, der eine Stunde oder zwei Stunden Verspätung hatte, von Haus aus schon. Dann saß ich eine Stunde bei dem damals noch Air Berlin eingequetscht. Und wer setzt sich da noch neben mich? Menderes, spitzenmäßig. Heißt ja nicht Menderes. Und das ist doch dieser Typ von Supertalent oder irgendeinem Scheiß, ne? DS, DS, genau. Machen wir weiter. Aber ganz kurz, ist ja auch nicht der Sinn eines Rants, die ganzen Namen richtig auszusprechen. Ja, war auch später Menderes. Aber nein, komm, wir lassen das stehen. Ich möchte das jetzt neutral vorlesen und möchte mich nicht hier irgendwie über die Schreiberin lustig machen, weil sie meint es ernst. Und es geht ja, es war jetzt wirklich völlig ironiefrei und es ist ja wichtig. Also von daher lesen wir das jetzt weiterhin vor. Außerdem sah man, dass die Saviors auf den Motorrädern wegfuhren und Morales wollte sie dann zurückrufen und ihnen Rick zu übergeben. Das macht Sinn. Das Einzige, was keinen Sinn macht, ist dieser Podcast. Oder soll das alles ironisch gemeint sein? Wenn ich mir diese zwei Statements durchlese und auch in diversen Facebook-Gruppen oder Reddit oder so weiter mir das vorführe, zu Gemüte führe, was die Fans da so schreiben, Wenn ich mir dazu noch die Quoten der Serie anschaue, die auch immer schlechter werden. Und das ist nun mal was, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. Das hat auch nichts mit Mögen oder Rant oder sonst irgendwas zu tun. Die Quoten werden halt einfach immer schlechter. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Art und Weise, wie diese Lager inzwischen aufeinander losgehen, also ich sage mal das Walking Crab Lager gegen das, ich finde es total dufte Lager, das erinnert mich an Batman vs. Superman. Da gab es im Grunde genommen auch eine Fangruppe, die, und wenn du ihn noch so objektiv dargelegt hast, dass der Film einfach aus handwerklicher Sicht, und ich rede jetzt nicht von der Handlung, ich rede nur aus handwerklicher Sicht, schlecht war. Schnitt, Musik, Dramaturgie, Dramaturgie meiner Meinung nach Dinge, die man völlig objektiv nachweisen kann, das dann einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde und man dann abgebügelt wurde, man sei ja dann doch gar kein richtiger Fan oder man hätte es nur nicht verstanden oder man kenne halt die Comics nicht oder weiß der Teufel was. Wo ich dann halt immer sage, ja das mag ja auch alles sein und seine Berechtigung haben und man kann auch sicherlich bei The Walking Dead sagen, du kennst du die Comics nicht, aber dann darf ich so eine Serie nicht machen. Ich kann nicht irgendwie eine Serie machen, die ich nur verstehe, wenn ich Sekundärliteratur, also die Comics sind ja keine Sekundärliteratur, aber wenn ich halt im Prinzip alles dazu kenne, dann ist es nicht richtig gemacht. Oder man könnte jetzt halt auch sagen, dass diese, dass diese Art von Fans dann so ein bisschen dem Backfire-Effekt unterliegen, also das ist, wer das nicht kennt, das ist ein Effekt, dass wenn man jemand beweist, dass er Unrecht hat, er noch viel mehr an sein Unrecht glaubt. Also ich verstehe es, ich verstehe auch die Fans, die es gut finden, ich verstehe auch die Fans, die es nicht gut finden. Es ist in der Tat so ein bisschen auch hier wieder eine Sache wie so eine Religion. Es gibt so ein paar Fans, die so Die-Hard-Fans, so harte Fans, die wirklich wahrscheinlich alles daran gut finden, auch subjektiv die Sachen gut finden. Ich meine, die Serie wäre nicht so erfolgreich, wenn nicht mindestens ein paar Millionen die weiterschauen würden und auch ein paar Millionen noch gut finden. Und das ist dann zwar, es ist viel Geschmackssache am Ende. Es würde keine Trash-Filme heutzutage geben, wenn es nicht auch Fans von Trash-Filmen gibt. Asylum hätte, The Asylum, dieses Produktionsstudio, das Sharknado macht und so, hätte sonst nie überleben können. Aber wie du eben schon gesagt hast, es gibt auch relativ objektive Bewertungskriterien von Serien und filmischen Werken, wo man sowohl auf die Story, Charakterentwicklung, Dialoge und Präsentationen eingehen kann, wo einfach handwerklich etwas stimmen muss, damit es als gute Serie bewertet werden kann. Und egal wie viel wir hier jetzt renten und persönlich das Scheiße finden, lässt The Walking Dead vor allen Dingen auch hier in den letzten Staffeln nach, am Handwerklichen und am einfach dem, was gute Storys, gute Präsentationen und einfach auch eine gute Serie ausmachen können und sollte und könnte. Wenn wir jetzt aber in der heutigen Folge einfach mal, und wir haben wieder ein bisschen das Problem, dass die Handlung sehr dünn ist, auch wenn wir immer schon zwei Folgen zusammen machen. Wir haben ja in der letzten Staffel jede Folge einzeln besprochen, da hatten wir schon das Problem, dass nicht viel passiert ist. Jetzt fassen wir schon zwei Folgen zusammen und haben immer noch das Problem, dass das eigentlich jetzt bisher vier Folgen waren, die im Grunde genommen eine große Folge sind, die wahrscheinlich fast, ich sag mal, in 24-Manier vier Stunden in Echtzeit so ungefähr darstellen sollen, weil es ist ja eigentlich nur der eine Tag mit dem Angriff. Vier Folgen, die mehr oder weniger fast immer gleich aufgebaut sind, als jetzt in der vierten Folge die Folge dann wieder losging mit einer pathetischen Ansprache vom König. Ich hab mir auch so gedacht so, boah, schon wieder eine, ja. Hatten wir doch gerade schon von Rick und von, äh, von... Ja, aber wir haben, wir haben gerade diese typischen Buchenden, vorne und hinten immer irgendeine, entweder Montage von verschiedenen Szenen, die künstlerisch rüberkommen soll, äh, oder die irgendwelche Interpretationsfreiheiten lassen soll oder Hinweise bringen soll und andererseits auch wieder diese Reden am Anfang und am Ende von der Episode eine Rede. Und das ist halt irgendwie so, das gefällt mir als Stilmittel, passt das jetzt nicht so rein? Es unterbricht einfach den Fluss. Es unterbricht den Fluss und es macht auch aktuell storytechnisch gar keinen Sinn. Ähm, man kann solche Sachen zwischendurch reinsetzen, aber wir brauchen doch nicht, äh, jede Episode jetzt so ein Kunsthandwerk. Wenn wir... Eine Serie, die sowas gut gemacht hat, ist beispielsweise Breaking Bad. Breaking Bad hatte in der zweiten Staffel mit diesem Flugzeugabsturz, haben sie immer so kleine Teaser gemacht. Das ist ein bisschen am Anfang, ein bisschen mehr von dem gezeigt hat, was kommen wird am Ende der Staffel. Wo man aber auch rätseln musste, ist das jetzt was, was in der Vergangenheit liegt oder in der Zukunft? Ähm, und das hatte Einfluss auf die Story. Das hatte, äh, hat dem Zuschauer Informationen gegeben, die er so noch nicht hatte. Und das war letztendlich eine sinnvolle Ergänzung. Diese Elemente hier am Anfang der Episoden, die machen aktuell für mich aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Mhm. Die sind nur da, um Emotionen zu schaffen. Und das kann nicht ein alleiniger Sinn von Szenen, äh, sein, die wichtig sein sollen. Ja, vor allem, weil dann der, der, die Rede vom Hesekiel überhaupt nicht, also die hat mich überhaupt nicht gecatcht. Also null, ja. Das Forever Nerd Girl, Anja hat dann gesagt, das Dramatischste oder das Bewegendste an der ganzen, wenn wir jetzt die zwei Folgen nehmen, war dann noch, dass der Tiger stirbt. Und da muss man sich mal überlegen, man fiebert im Grunde genommen mehr mit einem CGI-Tiger mit, mh, als mit einem echten Schauspieler. Und... Ja. Das ist aber ein generelles Problem von Walking Dead, was ich so ein bisschen in den letzten Staffeln aufgebaut habe. Ähm, dadurch, dass wir in dieser Welt leben, wo mittlerweile kein Charakter mehr wichtig ist, außer vielleicht jemand wie Rick, ähm, gehen die schnell drauf, werden die neu eingeführt. Wir kriegen aber nicht unbedingt viele Informationen dazu. Es ist eigentlich nur, äh, Maschinengewehrfutter, was wir hier in den letzten Staffeln präsentiert bekommen haben. Nur ganz wenige Charaktere wurden so gut entwickelt, dass man wirklich eine emotionale Bindung, ähm, zu denen aufbauen konnte. Und das ist einfach bei vielen Leuten hier nicht mehr so. Die hatten viel zu wenig Screentime, die hatten viel zu wenig Ruhe. Und wenn sie gezeigt worden sind, haben sie nicht unbedingt das gezeigt, was diesen Charakter, äh, ausmacht. Und am Anfang konnte das Walking Dead noch ganz gut. Da hat man sowas zu den Hintergründen der einzelnen Leute erfahren und hat einen Charakteraufbau gehabt. Aber das ist in den letzten Staffeln so verloren gegangen, weil es einfach eine Beliebigkeit, äh, da drin ist. Und so ein Tiger, ähm, kann man noch mehr in emotionale Bindung aufbauen, weil er, äh, halt was Besonderes darstellt, was man sich merken kann und, äh, was einen gewissen Impact hat. Aber alle anderen Charaktere sind letztendlich unwichtig. Wenn wir uns heute die Prämisse gesetzt haben, dass wir mal was Positives sagen. Ist ja noch am Anfang. Ja, ja. Aber ich sag jetzt einfach mal, ich leg das jetzt mal positiv aus, ja, und sage, ja, das ist Absicht. Weil es sagen, zeigen soll, wie austauschbar und wie unwichtig ein menschliches Leben in dieser Welt ist von Walking Dead. Dass es absichtlich so gemacht wurde, dass wir eigentlich mehr für den Tiger sind und mit dem mehr leiden, als mit den eigentlichen Menschen, die da sind. Weil einfach, wenn man es objektiv betrachtet, beide Gruppen gleich schlecht sind, gleich böse sind, gleich brutal sind, gleich marodierende Räuberbanden sind, ja. Ja, ja, sodass es eigentlich im Grunde genommen keinem gut oder schlecht geben kann und dass eigentlich, ja, der edle Tiger, es wäre ja fast noch pathetischer gewesen, wenn es ein Löwe gewesen wäre, ja. Dass der eigentlich im Grunde genommen das ist, wo man sich noch am meisten mit identifiziert. Ich sag nicht, dass sie sich dabei gedacht haben, ja. Ich sag nur, ich leg's jetzt mal so aus, um dem Ganzen eine Tiefe zu geben. Man kann es so auslegen, aber dann muss man es auch so behandeln von dem, was der Rest der Serie zeigt. Und der Rest der Serie zeigt mittlerweile auch bei Nebencharakteren wie dem Freund von, ich hab jetzt wieder seinen Namen vergessen, der auf jeden Fall, der in dieser Episode stirbt, der drauf geht. Ähm, es gibt solche Sterbesszenen, die sind einfach sehr, äh, pathetisch, sehr auf, ähm, Tränen, Drüse, Versuch drückend zu machen. Die werden entsprechend präsentiert, als ob das einen Rieseneinfluss auf diese Serie hat, als ob der Charakter die wichtigste Person wäre, der wir jetzt nachtrauen müssten, aber dabei kannten wir ihn doch gar nicht. Dabei wurde er uns doch so wenig von dem gezeigt, dass wir überhaupt, wie gesagt, keine emotionale Bindung aufbauen können. Wenn es wirklich so ist, dass wir keine emotionale Bindung aufbauen sollen, dann muss aber alles auch so behandelt werden. Dann darf auch nicht in fünf Minuten gezeigt werden, wie traurig denn dieser Abschied von dem Charakter ist. Weil wenn du das zeigst, dann willst du eigentlich das Gegenteil von dem, äh, erreichen, äh, was du vorher getan hast. Ja, wie gesagt, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, weil ich mir jetzt mal vorgenommen habe, ich rente heute mal nicht. Ähm, ich werde später noch was zu ein, zwei Szenen sagen, ja, aber, äh, ich, ich versuche jetzt einfach mal das Positive draus zu sehen. Aber es fällt einem einfach schwer, das Positive draus zu sehen. Und, ähm, das hat jetzt, selbst wenn ich mal das Handwerkliche, was auch da, wie das gab, wieder zwei, drei CGI-Effekte, die waren so grottenschlecht, ja. Ähm, aber, selbst wenn ich die mal außen vor lasse, es kann doch eigentlich wirklich nicht sein, dass im Jahre 2017 es ernsthaft noch Drehbuchschreiber gibt, die wirklich vollen Ernstes den Satz, lasst mich zurück, ohne mich seid ihr schneller, ja, in ein Drehbuchschreiben. Das kann doch nicht wahr sein. Das führt mich jetzt zu der nächsten Theorie, die ich jetzt einfach mal habe. Die Drehbuchschreiber sind an dem Punkt angelangt, den auch die Drehbuchschreiber bei Stargate irgendwann mal so ab der siebten Staffel, achten Staffel hatten. Dass sie nämlich irgendwann gemerkt haben, boah, wir machen hier eigentlich einen ganz großen Kindergarten. Und wir machen hier einen ganz großen Kokolores. Und jetzt machen wir das auch. Und zwar, als nämlich Stargate angefangen hat, sich selber nicht mehr ernst zu nehmen, ja. Und auch diese eine Folge hatte, wo sie dann sogar mal die vierte Wand gebrochen haben und so weiter. Ab dann fand ich es göttlich, ja. Das war aber auch irgendwie dann, also man hat gemerkt, okay, die Jungs nehmen es jetzt einfach nicht mehr so hundertprozentig ernst. Die haben jetzt einfach nur noch Spaß bei der Sache und ziehen das Ding so lange durch, wie sie können. Ist ja auch gut. Was auch gut war. Es hat der Serie absolut gut getan, weil diese Weekly Planet Geschichte, die ersten drei Staffeln, war echt zäh, war völlig unmodern, machte man nicht mehr so. Dann kommt dieser große Story-Ark, dann wird es besser und sobald dann die Selbstironie reinbringen, wird es ganz großartig. Ganz, ganz großartige Fernsehunterhaltung. Vielleicht wissen die das ja, dass es einfach nur noch suboptimal läuft, um das Wort schnicht zu benutzen. Und sagen sich, weißt du wann, jetzt machen wir einfach jedes Klischee und jede dumme Wendung und packen die jetzt da rein. Und dann lassen wir eben einen Ezekiel, den alten Klischeespruch sagen, lasst mich zurück ohne mich seid ihr schneller. Ich habe eine viel einfachere Erklärung für das Ganze. Okay. Ich habe schon immer wieder wiederholt, auch in den letzten Folgen, in der letzten Staffel, The Walking Dead ist eine Zombie-Soap. Und das passt zu einer Zombie-Soap, meine Güte, schwer auszusprechen, dass man einfach nur Klischees reinwirft und auch Klischee-Dialoge mit drin hat. Es ist, wir haben keine große Story mehr, die auf ein Ziel hinzuläuft. Wir haben einfach dieses Typische, diesen Season-Arc mit dem Bösen, der immer böser wird und den Guten, die auch so zwielig. Also wir haben diese ganzen typischen Sachen, die auch in der Soap vorkommen. Und weil in der Soap, die jahrelang läuft, wie, keine Ahnung, läuft gute Zeiten, schlechte Zeiten, wurde ja auch alles immer und immer und immer wieder durchgekaut. Und wir haben im Prinzip das schon alles gesehen, was wir jetzt, was wir vorher schon mal gesehen haben, nur mit anderen Charakteren, nur mit anderen Schauspielern. Und deshalb wiederholt sich hier was und deshalb wird auch einfach so ein Zeug reingeworfen, wie dramatische Sätze, die in die Szene reinpassen, aber einfach komplett veraltet sind. Ja, aber dann sollten sie es mal täglich machen, dann will ich es auch als Daily Soap haben, ja. Und dann 20 Minuten Häppchen, so wie das GZSZ macht oder so. Okay, gut, vielleicht muss man es unter der Prämisse sehen. Ich habe noch einen dritten Aspekt. Ich hatte ja einen längeren Rückflug und hatte eine, auf dem Rückflug eine sehr interessante Sitznachbarin neben mir sitzen. Wir hatten auch das Glück, dass auf dem Rückflug von den USA auch der Mittelsitz frei war. Das war spitze, da hat man schön seinen Kram abladen können. Und sieht mir übrigens eine tolle Serie empfohlen, The Handmaid's Tale, mal ganz am Rande. Wenn ich noch gucken, ist aber bei Deutschland nur bei irgendeinem speziellen Streaming-Dienst. Was? Hulu. Nee, ist nicht in Deutschland, ist nicht bei Hulu, ist nämlich bei einem, wo ich mich nicht anmelden will. Ach so, bei Telekom. Telekom. Nur bei der Telekom im Streaming-Dienst. Ich hatte das Glück, dass ich die erste Staffel bingen konnte im Flugzeug, weil die komplett da im Bord-Entertainment war. Ungeschnitten? Ich glaube, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber solche Flugzeugunterhaltungen habe ich auch bei vielen anderen Sachen schon gesehen oft geschnitten. Also es war schon relativ brutal, also viel zu schneiden. Ja, Totalität ist ja egal für die USA, aber... Wenn, dann haben sie vielleicht irgendwie Brüste rausgeschnitten oder so irgendwas, ja. Aber nö, also das war schon... Das gibt es übrigens, das habe ich dann erst... Sonst hätte ich gerne ja den altklugen Deutschen gegeben. Aber das konnte ich nicht, weil ich, ehrlich gesagt, ich hatte erst mal durch dieses Titelbild, das ich hier auf den Plakaten gesehen habe, mit der Frau mit der Haube, ein komplett falsches Bild von dieser Serie. Dieses Bild hat irgendwas mit Mittelalter für mich vermittelt, das ist es überhaupt nicht. Genau. Und dann habe ich es zu Hause dann mal ein bisschen recherchiert. Das ist eine dystopische Zukunftsgeschichte. Genau, das ist eine dystopische Zukunftsgeschichte. Ist sogar fast mal eine eigene Folge wert, können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Aber das ist nichts Neues. Das Buch ist ziemlich alt und es gibt sogar einen Film von Volker Schlöndorff dazu, das Tagebuch der Dienerin. Okay. Aus den 90ern. Wenn du dir den Trailer anguckst, dann ist er so ein richtiger 90er Trailer. Ist auch von der Optik her ziemlich ähnlich. Ich würde jetzt, nachdem ich mir die Handlung durchgelesen habe, sagen, dass die erste Staffel von The Handmaid's Tale eigentlich der Film ist. Nur ein bisschen gestreckt, vielleicht auch ausführlicher. Da müsste man jetzt das mit dem Buch vergleichen. Und dann mal gucken, was die zweite Staffel bringt, die da wahrscheinlich keine literarische Vorlage mehr hat. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hatte also auch einen Nerd neben mir. Die gute Dr. Shannon ist dann übrigens auch nach Bonn geflogen, auf die Weltklimakonferenz, dass sie wie immer nicht so alles im Flughafen trifft. Naja, als wir dann im Grunde genommen so ein bisschen unsere Serien ausgetauscht haben, wer da wie was geguckt. Und ich hatte ja in Las Vegas die Gelegenheit, die dritte Folge live auf AMC zu gucken im Hotel. Hat sie mir dann einfach geraten, ja, sie ist schon beyond stupidity. Und für sie ist einfach, ich zitiere sie jetzt mal wörtlich, so wenn ich nur so, look it like this. Zombies eat brain, so it's a no-brainer after all. Ja, ja. Zombie soap. Ja, okay, dann sind wir bei dem. Das heißt, wenn ich es aber als no-brainer jetzt betrachte, dann fällt es in die gleiche Ecke wie in Asylum. Und wie in Sharknado und keine Ahnung was. Womit ich dann wieder bei der Referenz, ja, womit ich dann wieder bei der Selbstironie wäre, wenn sie es denn beabsichtigt haben. Soaps nehmen sich teilweise schon sehr ernst. Ja, ja, klar. Also ich unterstütze auch deine Soap-Theorie nicht so voll und ganz. Ich bin eher bei der, sie haben gemerkt, dass es großer Unsinn ist und jetzt ziehen sie es halt nahenlos durch. Mal gucken, wenn noch mehr solche Klischee-Sätze reinkommen, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Aber vielleicht gehen wir doch noch mal etwas strukturierter durch, weil wir haben jetzt die ganze Zeit mal wieder gelästert, aber sind auf einzelne Sachen eingegangen, aber haben noch gar nicht gesagt, was ist überhaupt passiert. Naja, du kannst ja in drei Sätzen zusammenfassen, bumm bumm, schießt er da ein Pfeil im Pucken und so. Ja. Aber komm, sag mal ein bisschen genauer, was passiert ist. Mir fällt es nämlich ganz ehrlich schwer, auch diese Handlung irgendwie zusammenzufassen. Ja. Wir schließen an den letzten Episoden an. Wir sind in dieser Paz-Situation, in der Rick ist mit dem Charakter, der wiedergekommen ist aus der ersten Staffel, an den sich keiner erinnert, außer wenn er ein Review dazu schreibt. Und der nicht Menderes heißt? Der nicht Menderes heißt. Reden so ein bisschen, die Situation wird quasi durch Daryl gelöst, der den einfach erschießt und sagt, es ist mir scheißegal, was der sagt. Da habe ich mich ja gefragt, wie es so in dem Schauspieler vorgegangen ist. Weißt du, da kommt der, du sitzt da so sonntags beim Kaffee, bei der Familie und dann klingelt das Telefon und der Produzent von Walking Dead ist dran und sagt, hey Menderes, bist du wieder dabei? Da hat der Typ doch abgefeiert ohne Ende. Also ich glaube, yes, yes, geil, 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 ich bin wieder da. Ich würde mich mal interessieren, wenn man ihm erzählt hat, dass er wieder nur zwei Minuten Screentime hat, um sofort gekillt zu werden. Ob man ihm das gleich gesagt hat, vor Vertragsunterzeichnung oder erst danach? Also ich denke schon, weil diese Folge ist übrigens auch eine besondere Folge, weil es die einhundertste Folge von The Walking Dead ist. Da haben sie keine Musical-Folge gemacht, ich bin enttäuscht. Nee, warte mal, jetzt bin ich, lass mich. Oder so eine Mr. Schlegel-Folge wie bei Alf, so eine klassische Flashback-Folge. Das macht man heute gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, Mist erzählt, die hundertste Folge war vorher, ähm, overall number, okay, nee, das war die erste Folge in der Staffel. Gut, ich hatte irgendwas gelesen, deshalb habe ich mich gewundert. Nee, dann habe ich gerade Mist erzählt, das war nicht die hundertste Folge. Viele Leute da draußen werden jetzt denken, das war nicht der einzige Mist, den ihr da erzählt. Okay, also weiter, der Typ Menderes wird gekillt und dann? Menderes wird gekillt, währenddessen sehen wir die kleine Truppe mit Morgan und Jesus, die ihre Gefangenen transportieren, wo immer noch der Streit zwischen Jesus und Morgan ist, dass man die doch eigentlich hätte genauso gut killen können, was ja ursprünglich auch der Plan war. Was soll man eigentlich mit denen machen? Und das sind doch eh die Bösen. Und Morgan ist halt mittlerweile ein sehr zwiegespaltener Mensch. Er ist so ein bisschen wie so ein Kind, was immer wieder neu geprägt wird. Weil einerseits ist er mal der absolute Mörder, andererseits ist er mal der absolute Pazifist und anderer, ähm, manchmal ist er wieder der absolute Bekloppte. Ähm, was er jetzt eher in dieser Folge ist. Die streiten sich so ein bisschen darüber, haben einen kleinen Kampf, den sie noch haben und dann kommen die wieder im, äh, im, im, wo kommen die jetzt an? Kommen die im Hilltop an, ne? Mhm, ja. Dann kommen sie letztendlich alle zusammen im, im Hilltop an, wo auch Gregory mittlerweile aufgetaucht ist. Ja, der im Grunde genommen, also dass sie den überhaupt noch reingelassen haben. Komm, würdest du den noch reinlassen? Naja, da haben wir jetzt vielleicht wieder diese Selbstironie, von der wir eben geredet haben. Weil einerseits wollen sie den ja nicht reinlassen. Und dann lassen sie am Ende trotzdem rein und dann kommen die andere Charaktere an und fragen, wieso wurde der überhaupt wieder reingelassen? Ja. Ich meine, die sind sich ja selbst, die sind ja selbst schizophren in dieser Serie. Hm, hm. Ja, gut, okay, dann, ja. Letztendlich, ich meine, das war auch im Prinzip alles, was in der Episode, äh, passiert ist. Gregory kommt an, der eine Typ, äh, stirbt am Ende nach dem Feuergefecht. Und, äh, wir sehen, wie, ähm, den, den Cliffhanger, der zum nächsten Mal hingeht, wie, äh, wie es einen Hinterhalt gibt für Ezekiel und die alle niedergemäht werden. Wo jetzt endlich mal sich die Gezeiten ändern und das große Glück der, äh, Rick-Truppe ein Ende hat. Und irgendwas ja mal schief gehen musste, nachdem Ezekiel immer wieder betont hat, heute wird nur einer sterben, heute wird nur einer sterben, am Ende sterben sie alle. Hm, ja. Und zwar mit den Browning M10 Maschinengewehren. Wer das nicht weiß, das sind schwer großkalibrige Maschinengewehre, die normalerweise auf dem Panzer obendrauf montiert werden. Also nix, was man eigentlich mal eben so mit sich rumträgt, äh, ja. Und auch nichts, was man, wie wir ja dann auch sehen, mal eben zu zweit irgendwo wegträgt, ja. Äh, zumindest nicht, wenn man schnell vorankommen will. Also von daher war die Idee, die Dinge eigentlich, dass Daryl und Rick die alleine klauen, eigentlich schon ziemlich, ähm, naja, ähm, hätte man sich mal überlegen können. Gut. Gut, letztendlich konnte man diese Episode vergessen, also die Episode fand ich auch nicht gut, ähm, ich fand die davor schon ganz nett, aber diese Episode hat jetzt, das war so ein Filler, äh, die uns keine neuen Informationen gebracht haben, die einfach nur ein bisschen aufgehalten hat, bis man wirklich mit der Story weitergehen kann. Hm, hm, die Story geht ja dann im Grunde genommen auch nahtlos weiter, nämlich dahingehend, dass also die Kingdom-Armee von 20 Leuten dann halt eben niedergemetzelt ist und der einzige, der, äh, verletzt ist. Jetzt überlebt hat, dann eben der Ezekiel ist. Da hab ich mir beim Gucken noch gedacht, ach, guck mal, wie passend, äh, da werden jetzt die Toten nicht zu Zombies, zumindest nicht dann, solange er sich noch nicht wehren kann, aber dann wachen sie ja dann doch auf. Ja. Und, äh, werden dann ja praktisch so zur Bedrohung der Folge, dann haben wir noch den Parallelstrang von Carol, die sich irgendwie in das Gebäude dann reingeschlichen hat. Und wie, ist eigentlich völlig unklar, sie hat's einfach geschafft. Ne, ich glaub, in der letzten Folge hatten die sich schon getrennt und sind die eigene, also sie wollte den Hinterhalt wählen. Okay. Die anderen von vorne. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, ähm, und dann auch zwischen Weltklasse-Schützin und Kreisklasse mutiert. Ja, also einmal killst sie drei auf einmal durch die Decke durch, ja, oder vier auf einmal durch die Decke durch, ja, um dann, äh, fünf Minuten später nicht zu merken, dass da noch zwei um die Ecke stehen, ja, und trifft dann irgendwie nicht mehr mehr ein offenes Scheunentor. Aber, äh, ja, wobei die mir im Grunde genommen noch von allen Charaktern eigentlich so wenigstens mit am besten gefällt, weil sie wenigstens in ihrer Rolle als Badass einfach bleibt. Definitiv, die ist so eine, äh, äh, so eine Replik. Ja, genau. Aber trotzdem, also ich fand, diese Episode fand ich jetzt schon deutlich besser, ähm, sie war vielleicht nicht verdient, weil wir einfach zu wenig bisher von Ezekiel gesehen haben, aber ich verstand, was sie damit erreichen, äh, wollten. Ich meine, äh, das Kingdom hat halt diese Scharadere aufrechterhalten, dieses Rollenspiegel, was sie da groß machen, wo alle dann Ezekiel als größten König, äh, vergöttern und auch in ihren Rollen komplett aufgehen, weil es einfach vielleicht, äh, diese, diese Endzeit-Atmosphäre ist und es vielleicht eine kleine Flucht in eine andere Welt für alle ist. Dementsprechend gehen aber wirklich alle da, darin auf und tun auch alles für ihn, dadurch, dass er sich als König präsentiert und dieses Image auf, äh, recht erhält, sterben auch alle dann, äh, für ihn, was er vielleicht gar nicht gewollt hat. Er hat nicht gesehen, wie weit das Ganze denn, äh, denn gehen wird. Vielleicht war er zu sehr in seiner eigenen Fantasiewelt aufgegangen, das hat man in der letzten Folge gesehen, wie er die ganze Zeit geschrieben hat, äh, nur einer wird sterben, nur einer wird sterben. Das ist einfach nicht realistisch, das ist einfach Riesenglück, was, was die erst hatten und da wird erstmal die ganze Fassade runtergerissen und da erkennt er, ich meine, das ist so, so typisch, eigentlich auch filmmäßig, erst, erst protzt einer rum und sagt, ich bin vollkommen dabei, ich verstehe die Konsequenzen und alles, ich bin hundertprozentig dabei und am Ende beschwert er sich, äh, dass es so gekommen ist, äh, wie es, wie es gekommen ist und dass er ja an allem schuld war. Ich meine, diese, trotzdem fand ich die Episode gut, weil es einfach gezeigt hat, diese Scharade kann nicht aufrechterhalten werden, diese Fantasie, ähm, hat jetzt einfach auch, äh, gekostet, dadurch, dass alle so bereitwillig sich über ihn geschmissen haben und ihn gerettet haben und quasi wie in so einem Kult für ihren, ähm, für ihren Führer gestorben sind. Hm, ja, kann ich dir, kann ich dir soweit recht geben, ich hab da ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so eine große Meinung dazu irgendwie, ja, will ich jetzt, ich meine es jetzt gar nicht irgendwie negativ, es plätschert so vor sich hin, es tut, die Folge hat auch so keinem weh getan irgendwie, wo ich dann ein bisschen aus meiner Lethargie rausgerissen wurde, weil ich mich dann ganz sanft ans A-Team erinnert gefühlt habe, war mit Abstand die langweiligste Verfolgungsjagd, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe, die unspannendste, schlecht gefilmteste, also, doch, ich hab sowas schon gesehen, auf so 499 B-Movies, ja, da hab ich solche Verfolgungsjagden schon gesehen, also die Einstellungen, und da sind wir wieder beim Handwerklichen, diese Einstellungen bei dieser Verfolgungsjagd, wo Rick und Daryl out of nowhere den hinterherjagen, um diese zwei Maschinengewehre wieder zurückzuholen, das ist ja, also das ist doch Absicht, so schlecht kann doch keine Handwerklich sein, du siehst diesen Hambieb. Ja, ich meine, aus dem Nichts, aus dem Nichts ist es nicht, weil in der letzten Folge haben sie ja realisiert, dass es ein Hinterhalt ist, einfach. Gut, okay, also, gut, okay, von mir aus nicht aus dem Nichts, von mir aus, alles klar, trotzdem, da siehst du also diesen einen Jeep, mit dem die wegfahren, und dann passiert wirklich 10 Sekunden lang nichts. Und dann kommt das Motorrad. Und dann kommt der Jeep von Rick hinten dran. Und dann hast du überhaupt keine Schnitte oder sonst irgendwas, sondern du siehst einfach in Ellenlangen überhaupt nicht, das ist gefilmt wie eine Folge von A-Team aus dem 83, 84. Aber die fahren ja in den gleichen Fahrzeugen rum. Ja, und sie fahren in den gleichen Fahrzeugen rum. Es ist im Grunde genommen, darum geht's doch, sie brauchen diese, du hast die Power von diesen Maschinengewehren gesehen. Diese Maschinengewehre sind in dieser Welt die ultimative Waffe, ja, das ist das Laserschwert für die Saviors, ja, die Atombombe für die Saviors. Das heißt, wenn die die Dinger nicht kriegen, ja, dann haben die Jungs um Rick ein echtes Problem. Das heißt, die sind doch der McGuffing, das ist doch das Ding, das muss doch richtig spannend gemacht werden, wir müssen diese Maschinengewehre kriegen, sonst werden wir unseren Plan nicht durch, das muss doch das Handlungsding sein. Ja, stattdessen wird praktisch dieser spannendste Teil, wird ans Ende der Folge mit fünf Minuten in wirklich die langweiligste Verfolgungsjagd ever gepackt, die nicht gut gefilmt ist, die auch kommt, weißt du, dann packt der eine das Maschinengewehr aus und er trifft ihn nicht. Ja, und dann trifft er das Auto und wenn du mal so eine Browning in Aktion gesehen hast, der Jeep wäre jetzt nicht explodiert, weil das wäre jetzt wieder Film, aber der trifft ihn ja voll in den Motor und es passiert erstmal nix. Ja, sondern Rick zielt einfach nur zur Seite. Genau, es kommt ein bisschen Dampf raus. Es kommt ein bisschen Dampf raus. Ganz ehrlich, das ist, da fliegen ja auch immer Steine über die Brücke, wo man sich fragt, wo die Steine eigentlich herkommen bei Star Trek. Und es passiert halt nix und stattdessen kommt der Daryl, der gerade vor zwei Minuten noch vom Motorrad geflogen ist, boom, von hinten und knallt den dann ab. Dann springt Rick aus fahrendem Auto von einem Motor, der definitiv völlig am Arsch sein sollte bei dem Kaliber, rüber und er sticht den einfach und fertig. Und weißt du, was ich gedacht habe, das hat das A-Team schon besser gemacht und wenn es nicht besser gemacht hat, dann war das 83. Und weißt du, wer so eine Verfolgungsjagd 83 schon viel besser gemacht hat? Indiana Jones 1. Die Autoverfolgungsjagd durch die Wüste, wo die Bundeslade auf dem Laster ist und ihn die hinterher jagt. Das ist eine spannende Verfolgungsjagd. Da muss ich übrigens auch denken. Und das hat nichts mit Budget zu tun, es ist einfach nur, wie ich was gescheit filme. Das stimmt. Also, ich habe jetzt nicht so eine große Kritik wie du an der Szene. Ich fand sie okay, ich fand, hätte es spannender gemacht werden können und sie kam vor allen Dingen da zurecht. Vielleicht sie kam eher aus dem Nichts, vielleicht erzählerisch nicht aus dem Nichts, weil man in der Folge davor das hatte. Aber für diese Story, die bisher in der Folge erzählt wurde, kam sie aus dem Nichts, dass die beiden da ankommen. Und ich finde ja das Team Daryl und Rick, also die beiden harten Jungs, die einfach mal sich durch alles durchballern, ist ein guter 80s-Buddy-Movie. Aber es hat handwerklich das Problem, dass es nicht so funktioniert. Man hätte daraus viel mehr machen können. Trotzdem sehe ich es nicht ganz so kritisch wie du. Ich fand es ganz nett, aber ich fand es im Zusammenhang ein bisschen sinnlos. Also, wenn ich da Regisseur gewesen wäre, ich hätte wirklich so ein Raiders of the Lost Ark Ripoff gemacht. Ich hätte mir in der Folge, hätte ich mir eine Hommage an Indiana Jones gegönnt. Der Heilige Gral sind die zwei Brownings. Indie und von mir aus, keine Ahnung, halt eine doppelte Indie sind Rick und Daryl. Und ich hätte mir einen Bad, also so ein richtig, ich hätte vielleicht hier diesen Trevor da. Der heißt ja nicht Trevor, aber es ist ja der gleiche Schauspieler wie der Trevor aus GTA. Diesen Trevor-Typen genommen, weil den hasst man schon, weißt du, mit dem hast du eine emotionale Verbindung, weil du ihn hasst. Und der hat diese Brownings und der fährt weg. Und dann packen die diese Brownings in diesen Laster und hauen ab. Und da sind dann noch fünf, sechs andere No-Name-Random-Saviors drauf. Und dann machst du so eine 1-zu-1-Hommage an Indie. Das wäre geil gewesen. Das wäre geil gewesen. Das wäre spannend gewesen. Wie lange geht die Verfolgungsjagd in Indie? Bestimmt zehn Minuten. Das wäre doch eine spannende Nummer gewesen. Stattdessen mache ich da so ein... Also, weißt du, an was es mich erinnert hat? Also, mich hat es nicht an Indie erinnert. Ich dachte nur, warum machen sie es nicht so oder so? Hätte ich es gemacht. Mich hat es wirklich erinnert an, wenn du mal bei Red Letter Media ab und zu mal Best of the Worst guckst. Oder vielleicht, wenn du es noch nicht gesehen hast, dann kennst du es jetzt nicht. Aber die, die es kennen, die werden sich daran erinnern fühlen. Da gucken die immer so alte VHS-Kassetten mit so allem Schrott. Irgendwie so Bigfoot-Rip-Off-Filme. Also, wirklich einfach nur billigsten Schrott. Also, so müsste die Science Theater-mäßig. Ja, so, also wirklich einfach, aber teilweise halt auch mit Laien-Schauspielern und keine Ahnung was. Und das ist, die sind genauso gefilmt. Das sind genauso gefilmt. Aber das sind Leute, die damals haben, die haben eine VHS-Kamera genommen und ihren Privat-Pkw und haben jetzt gedacht, sie machen mal ein bisschen Hollywood. Ja? Die wussten es nicht besser. Die konnten es nicht besser. Aber das ist genauso gefilmt. Da hast du auch so Einstellungen, so spannende Verfolgungsjagden, wo erst ein Auto kommt, dann passiert fünf Sekunden nichts, dann kommt das nächste Auto. Und keine dynamischen Schnitte, sondern ewig lange Einstellungen und so weiter. Genau, ich würde eher sagen, das Problem hier ist der Schnitt. Das Problem ist eindeutig der Schnitt. Ja, das Problem ist der Schnitt. Weil man hat es ja auch an anderen Szenen in dieser Folge, wo zum Beispiel die Zombies ankommen, während die vor dem Tor stehen. Ist auch 0,0 spannend. Keine Spannung, keine Drängnis ist da drin. Nichts, was das Ganze irgendwie irgendwelche Hürden aufbaut und nichts, was das Ganze jetzt wirklich wichtig macht. Die haben Zeit, die haben viel zu viel Zeit dafür. Ob es daran lag, dass sie nicht genug Material für die Episode hatten, dass es wirklich auch wieder so ein Füller-Ding war oder dass einfach der Schnitt unterwältigend war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie diese 40 Minuten voll machen mussten. Ich glaube, dass die vier Folgen sogar ziemlich geil werden, wenn du eine Folge draus machst. Oder zwei. Und dann nimmt man halt diesen Typen mit der fetten Brille nur für zwei Minuten drin. Aber der ist sowieso scheißegal. Und hat für andere Elemente viel mehr Zeit. Zum Beispiel. Und dann erzählst du es auch chronologisch. Das heißt, du erzählst am Anfang einen Plot, dann machst du die Helden-Motivationsrede und dann geht es los. Das ist so ein bisschen, ich kann es am besten vielleicht mit Dragon Ball vergleichen. Ich bin ein großer Dragon Ball Fan, aber nur die Mangas. Da ich es nicht kenne, musst du mich jetzt abholen. Genau. Die Mangas sind super. Die Mangas sind lustig. Die sind spannend. Die sind actionreich. Und die machen vor allen Dingen insgesamt Spaß. Man kann die durchlesen in seinem eigenen Tempo, wie es halt bei Comics ist. Und da wird auch nichts gedehnt und gezerrt. Als die Serie dann produziert worden ist, haben die den großen Fehler gemacht. Pro Kapitel, was rausgebracht wurde, eine Folge zu machen. Was vielleicht am Anfang noch funktioniert hat, wo man am Anfang wirklich Story in den 15 Seiten drin hatte. Aber wie bei vielen anderen Mangas wird Dragon Ball zu einem Kampfturnier-Manga ganz am Ende. Einfach nur zu einem Action-Manga, zu einem jungen, schonen Manga, wo innerhalb von 15 Seiten vielleicht zwei Minuten vergehen. Wenn man es mal realistisch rechnen würde, weil die einfach zu schnell sich bewegen, aber dafür so viele Panels gebraucht werden. Was sie jetzt in der Serie dann gemacht haben, ist 15 Seiten Action auf eine 20-Minuten-Folge zu bringen. Und das kommt zu solchen Effekten, dass ein Charakter fünf Minuten in der Luft steht, seine Energie auflädt und schreit, ich werde dich jetzt gleich vernichten. Ich muss nur noch zwei Minuten warten, weil wir diese Zeit in der Episode füllen müssen und ich ja so geil bin. Und das einfach schrecklich langweilig ist und die das füllen mussten, irgendwie mit der Zeit, mit dem Material, was die hatten. Und das funktioniert einfach nicht. Wenn sie das hier runterbrechen, wenn sie meinetwegen dann nicht ihre 16 Episoden haben, aber nur für, trotzdem für so viel das Material filmen. Gut, dann sollen sie es runterschneiden, dann haben wir was Actionreiches, dann haben wir was Sinnvolles, wie du gerade auch sagst. Und dann brauchen wir das nicht ganz erfüllen. Aber eine Story von zwei Minuten in 40 Minuten reinzupacken, klappt einfach oft nicht, wenn man keine guten Schreiber dahinter, keine guten Autoren dahinter hat oder einfach kein gutes Produktions-Team, was ich jetzt nicht unterstellen möchte. Es sind bestimmt ganz andere Faktoren, die noch da mit reinspielen. Aber man kann einfach nicht so viel ausdehnen. Und das ist das Problem von The Walking Dead. Die versuchen es alles auszudehnen, was theoretisch in ein paar Minuten reinpassen könnte. Deshalb dauert so eine Einstellung so lange und man muss warten, bis dann nach zehn Sekunden das Motorrad ins Bild reinkommt, wo man normaler Editor gesagt hätte, okay, das handeln wir jetzt in zehn Sekunden ab. Ja, und dann machen wir auch mal Schuss und Gegenschuss, also Schnitte gegeneinander. Oder auch am Ende, dann kommt dann der Ezekiel ins Kingdom, dann dieses Klischee-Kind. Weißt du, an was mich das erinnert hat? Wenn die bei den Simpsons so ein Klischee-Kind machen, so dieses Bauern-Waisen-Kind bei den Simpsons, was dann immer so könnte, was ist mit meinen Eltern? Sie sind alle tot. Oh mein Gott. Und dann wird es auch noch erschossen. Und dann wird es auch noch erschossen. So wird so ein Kind bei den Simpsons im Grunde genommen irgendwie so eingeführt oder wenn da so ein Film da läuft oder so. Und dann auch da wieder, er geht dann weg und dann denkst du, Schnitt. Schnitt. Obwohl, nee, das fand ich gut. Schnitt. Weil da hat man die Hoffnungslosigkeit der Situation herausgezögert und hat gezeigt, es ist einfach so. Es ist einfach gerade Leid da und an diesem Leid kann man nichts tun. Solche Szenen sind okay. Da gibt es keinen Dialog. Da gibt es nur einen Eindruck von dem, dass diese Person jetzt nicht mehr das sein kann, was sie früher mal war. Dass sie von allem, alledem beraubt wurde, was sie ausgemacht hat, hat ihre Illusionen verloren, hat ihr wichtiges Instrument als König verloren, hat eine ganze Armee innerhalb von zwei Minuten verloren. Es steht einfach mehr oder weniger nackt da und das kann man ins Unerträgliche hinauszögern. Deshalb, das war völlig okay. Solche Szenen dann mit dem Typen mit der Brille aber auszudehnen, das macht schon wieder keinen Sinn, weil der völlig unwichtig ist für die Story. Und man den sowieso nie wieder sehen wird. Ja, also jetzt siehst du ihn halt doppelt. Genau. Ja. Von daher, ich fand Gutes und Schlechtes an der Episode. Der Typ mit der Brille hat mir nicht gut gefallen. Der Rest wurde ganz nett präsentiert. Verfolgungsjagd bin ich eher indifferent gegenüber. Hätte besser sein können, muss aber nicht. Von daher, ich fand es eine gute Episode, aber sie war einfach vielleicht am Ende trotzdem viel zu lang. Es hatte, vielleicht dann nicht das Beispiel von Dragon Ball nehmen, es hatte, Walking Dead hat mittlerweile Hobbit-Niveau. Hobbit-Niveau? Ja, ein Kinderbuch von 400... Achso, achso, du meinst, achso, okay, das meinst du jetzt. Ja, okay, ein Kinderbuch von 400, genau, gestreckt auf. Ja, stimmt. Stimmt, wurde dich auch gefragt, was du... Und dann doch wieder Sachen vergessen. Weißt du? Und das verstehe ich auch beim Hobbit nicht. Da mache ich mir die Mühe, dieses kleine Kinderbuch auf drei Filme zu strecken und dann vergesse ich trotzdem elementare Sachen? Oder stelle es ganz anders dar? Das verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich. Also da wäre ich wirklich gerne mal bei so einem Produktionsteam dabei, das zu erweitern und mit den anderen Filmen zu verknüpfen, fand ich gar nicht mal das Schlimmste. Ja, am Hobbit fand ich gar nicht mal so schlimm. Ist ja, okay, macht das irgendwie Sinn? Und wenn man das Ding in 20 Jahren mal guckt, guckt man es vielleicht auch anders irgendwie, auch von der Reihenfolge her und so. Von mir aus. Fand ich nicht das Schlimmste. Ich fand die Over-the-Top-Action dem Kinderbuch nicht angemessen, okay, das war was anderes. Aber ich fand halt das dann dann, ich weiß gerade nicht mehr genau was, ich konnte es mal genau aufbeten, was das war. Aber es sind dann doch ziemlich viele Elemente. Ich glaube, die Nummer bei dem Bäron oder wie der heißt, war ja ganz anders. Und da waren auch einige andere Elemente dabei, die halt komplett oder teilweise ganz fehlten. Und da frage ich mich mal, ich habe doch da wirklich genug Zeit. Ich hätte ja anderen Schmarrn weglassen können. Diese komische Gandalf-Story in diesem Geisterschlossen, so ein Scheiß. Hätte ich ja weglassen können. Die ist dann nicht drin. Also komisch, verstehe ich nicht. Aber jetzt kriegen wir eine Hobbit-Serie. Aber genau, Hobbit hatte noch ein ganz anderes Problem. Herr der Ringe, da hatte Peter Jackson noch Einschränkungen. Der hat zwar viel Kohle bekommen, musste aber mit dem arbeiten, was er hatte und war noch mehr so ein Indie-Regisseur. Beim Hobbit hatte er volle Kontrolle über alles und hatte riesig Millionen an Kohle, weil Warner extrem Kohle daran verdienen wollte. Ich glaube, es war Warner. Der hatte alle Freiheiten. Der hatte kein Korsett und kreative Arbeiten nicht gut, wenn man ihnen alle Freiheiten lässt. Kreative brauchen ein Korsett. Bei manchen Kreativen mag das funktionieren, aber bei den meisten, die brauchen eine Zielvorgabe und die brauchen Korsetts und liefern sie Mist ab. Siehe George Lucas. Ja. Ja, ich meine, die guten Star-Wars-Filme hat George Lucas mitproduziert, aber nicht mehr Regie geführt. Genau, genau. Und da hatten die halt Sachen, die die eingeschränkt haben. Die hatten nicht die Möglichkeiten von CGI. Die mussten sich auf das reduzieren, was praktisch möglich war. Ich meine, wir gucken, wir gucken, weshalb ich auf den Hobbit komme, wir gucken gerade nochmal Herr der Ringe komplett durch, die Extended Editions, die immer noch großartig sind und die auch visuell deutlich über dem Hobbit sind, obwohl sie mittlerweile 15 Jahre sind, weil einfach nicht so massiv CGI eingesetzt wird und nicht in jeder Szene ein Backdrop ausgetauscht wird, sondern weil man Neuseeland hat wirken lassen und weil es einfach groß und episch gemacht wurde mit einem Korsett, was denen auferlegt wurde. Bei Walking Dead, finde ich, ist das Korsett vielleicht zu groß. Die kriegen nicht zu, also, da weiß ich nicht. Aber ich könnte die Nummer noch dann safe spielen und filmen einfach das Comic ab. Das will man ja auch wieder nicht. Die wollen ja auch beweisen, dass sie eigene Wege gehen können. Ich glaube, wir werden es heute nicht lösen. Nee. Vielleicht lösen wir es in zwei Wochen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir heute mal ein bisschen mehr Aspekte haben beleuchten können, dass vielleicht der ein oder andere, wenn er denn überhaupt uns noch hört, die wir letzte Woche vergrault haben, heute sagt, na gut. Okay, man kann es halt auch so sehen. Vielleicht ist es auch so, dass wir niemand überzeugen können und umgekehrt uns auch niemand überzeugen kann. Mal gucken. Wir haben halt immer noch die Hoffnung, dass irgendwann noch so ein mittelschweres Wunder passiert und man dann einfach sagt so, ah, das war der Sinn der ganzen Sache. Jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, das ist so die Hoffnung, die da auch in jedem noch so ein bisschen keimt. Ich meine dadurch, dass die Serie ja zwangsläufig, wenn die die Zuschauerzahlen ein bisschen halten kann, potenziell ewig weitergeht, weil erstens Robert Kirkman das Comic nie zu Ende bringen wird und AMC noch genug an dem verdient. Es kann ja auch wieder gut werden. Erinnern wir uns an die zweite Staffel, wo die Farm absolut unterirdisch war und ab da ging es wieder aufwärts. Ich meine, wir haben das Potenzial. Die Serie war mal gut und die kann auch wieder gut werden. Eben. Und die Hoffnung geben wir nicht auf. Deswegen machen wir das hier auch noch eine ganze Weile. Also wer gedacht hat, wir geben irgendwann auf, so schnell geben die Nerdizisten. Wir haben schon zu viel da reingesteckt. Zu viel da reingesteckt, um jetzt auf halber Strecke aufzugeben. Also bis dahin freuen wir uns über euer Feedback. Denn wie wir auch, glaube ich, heute gezeigt haben, hier kommt jeder zu Wort. Ihr dürft uns auch gerne mal eine Audionachricht schicken, wenn euch das vielleicht lieber ist als schreiben. Kann man ja auch machen. Dann schickt man uns per Facebook zum Beispiel eine Audionachricht. Facebook ist ein gutes Stichwort, wie gesagt. Nerdizismus auf Facebook, nerdizismus.de im Web, auf YouTube, Instagram, Twitter. Überall unter dem Hashtag, nicht Handle, unter dem Tag, Name-Tag-Handle Nerdizismus zu finden. Ganz besonders freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes. Warum? Weil ihr damit helft, diese Show bekannter zu machen. Jetzt wird es wahrscheinlich welche geben, die sagen, da bewerte ich die erst recht nicht, weil dann werden die nicht bekannter. Okay, dann tut es nicht. Dann macht es aber trotzdem mit einer schlechten Bewertung, weil es immer noch besser als gar keine. Und diejenigen, die uns gefallen hat, dann lasst doch mal ein paar Sterne da und schreibt doch mal was dazu, was euch gefallen hat oder was euch auch nicht gefallen hat. Wir haben auch andere Podcasts, nicht nur diesen. Genau, und wir haben auch andere Podcasts. Und das kann man ja auch in die Bewertung mit einfließen. Genau, also falls ihr jetzt sagt, bei Walking Dead finde ich die zwei Affen komplett albern, aber was die bei Star Trek Discovery sagen, ist genau meine Meinung. Guckt doch mal da rein oder hört mal da rein oder hört euch unsere Filmkritiken an, unsere Promi-Interviews und natürlich möchte ich euch ganz besonders den einzigen Deutschen und einer von, ich sag mal der erfolgreichste, weil es auch der einzige ist und sowieso der beste Cosplay-Podcast ans Herz legen, Nerdplay von unserem Forever Nerd Girl. Wer sich also für Cosplay interessiert, der ist da bestens aufgehoben, kam gerade erst letztens wieder die elfte Folge raus. Gut, in diesem Sinne, wir haben jetzt schon fünf vor zwölf, was für eine symbolische Uhrzeit. Deine Uhr ist aber falsch eingestellt, ich habe es 59 bei mir stehen. Meine Tablet-Uhr sagt das hier. Was sagte meine Handy-Uhr? So, ähm, 54, 55, ist gerade umgesprungen. Also ich habe zwei Uhren gegen eine. Ja, interessant, das ist mein Computer, äh, okay. Und auch mein Computer sagt das. Das ist bei mir scheiße. Das glaube ich allerdings auch. Dann hat Windows mal wieder für Uhrzeit automatisch festlegen, jetzt passt es. Aha, guck an, da ist das Problem mal wieder vor dem Rechner. So, in diesem Sinne, machtet Jort, bis in zwei Wochen, machtet Jort. Tschüss. Tschüss. Tschüss.